Ja, hallo Leute, heute mit dem Unboxing von dem Philips E-Line 224 EL2. Ja, den habe ich jetzt auch zu Weihnachten bekommen. Das ist ein LED-Monitor, die Bildschirmdiagonale ist 21,5 Zoll, also genauso groß wie der kleine iMac. Ja, den werde ich als zweiten Monitor an meinen iMac anschließen, aber nicht nur einfach daneben hinstellen, sondern ich habe mir da jetzt schon eine Haltruhe gekauft, ich werde ihn dann an die Wand hängen. Ja, aber jetzt würde ich sagen, fangen wir an mit dem Unboxing. Ich mache ihn jetzt hier einfach mal direkt auf. So. Und dann haben wir hier auch schon mal ein paar Kabel. Als erstes hier natürlich das Stromkabel, dann hier ein Audiokabel und hier ist der Standfuß, den werde ich natürlich jetzt mal nicht brauchen. Ja, dann kommt hier erstmal Darmstoff, ziemlich viel, da ich meine natürlich Stauropor. Und dann ist hier auch schon der Bildschirm. So. Da ist auch schon VGA-Kabel mit dran. Ziemlich flach der Bildschirm. Ich kann jetzt hier mal aus der Folie rausrollen. So sieht der aus, ja. Hier einfach ein Monitor. So von der Seite, also es reicht flach. Und ja, so von hinten. Gut, ich würde mal sagen, das war es schon von dem Unboxing, von dem Monitor. Ich sage schon mal vielen Dank fürs Zusehen und tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye. Bis zum nächsten Mal.